Hallo, ich begrüße euch wieder in meinem Wasserkeller in Münsterland. Wie ihr seht, habe ich hier ein Spiel gebastelt. Ich habe es mal so, weiß nicht ob es das überhaupt gibt, aber als 3D Titles gezeichnet. Soll für meinen Enkel sein, der geht jetzt zwei Jahre. Hoffen wir mal, dass das nicht zu schwierig ist, dass er das irgendwie hinkriegt. Und falls nicht, haben die Älteren was. Die sollen so rein, dass die glatten Flecken oben sind, aber so passt das noch nicht. Das war jetzt mal nix. Ne, muss ich hier irgendwie alles machen. Ah, das wird wieder so einfach über. Also ganz so einfach, was auf den ersten Blick raus ist, ist schlecht. So. Und wie ich es gemacht habe, zeige ich euch nach dem Intro. Ich hatte noch Reste von 40 Millimeter und 38 Millimeter Multiplex Platte. Und wenn man von 38 schlecht 40 machen kann, habe ich mich also entschieden 38 Millimeter Würfel zu schneiden und davon ganze 64 Stück. Ich habe das jetzt aus Multiplex gemacht. Das waren noch so Reste, die ich hatte von einer 38er und 40er Platte. Man könnte da jede beliebige Holzart für nehmen. Man kann auch verschiedene Hölzer für nehmen. Da hat man gleich einen Farbunterschied, weil ich werde die nachher noch beizen. Aber zuerst gehe ich jetzt hin, mache diese ganzen Ausrüste vom Sägen ab und dann anschließend eine Phase da dran. Ich habe das jetzt auf 4x4 Klötze gemacht. Man kann natürlich auch weniger nehmen. 3x3. oder wenn man 5x5 macht, dann wird es natürlich noch größer. Man kann auch größer oder kleiner. Fressgrösser oder Anlaufgrösser. Ich brauche den Stroh mitzunehmen. Ich brauche den Š Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einige zusammengereimt, da sind noch ein paar einzelne über, mal gucken, dass ich die nachher noch mal passend einpasse, aber wahrscheinlich gibt es nachher mehr wie einlösung, sehe ich. Jetzt weiß ich noch nicht mehr, wie es zusammen war. Ich glaube, ich habe jemals falsch gemacht. Kann aber nicht funktionieren. Ja. 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 So, das geht jedenfalls. Jetzt noch ein Kasten, wo das Ganze drin gehört. So, wieder ein Stück Resteverwertung. 4 Brötchen hier auf drei Seiten der Gehrung angeschnitten. Ja. 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 Da das der Resteverwertung ist, um die Harkun nicht mehr genug hatte, habe ich Das ist jetzt auch soweit fertig, hier werde ich jetzt noch die Kanten ein bisschen brechen, das ist ein ziemlich scharfkantiges Material, so ähnlich wie Laminat. Musik 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 Fertig ist es, das einzige, wo man bei aufpassen muss, dass man wirklich mal zwischendurch, dass man nicht alle sofort verleimt, sondern zwischendurch zusammenlegt, dass es auch wirkliche Lösungen gibt dafür und nicht, dass man dann nachher steht und kann die wieder auseinander machen. Ich denke, es ist eine schöne Idee zum Nachbauen, ob es für kleine Kinder, wie mein Enkel mit zwei Jahren schon ist, weiß ich nicht, aber es ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ich würde sagen, das war's für diesmal, bis zum nächsten Video, alles Gute und Gute Gute und Gute. Gute und Gute. 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 Gute.